ja und damit herzlich willkommen zur achten folge der team präsentation für die saison 2017 vom team austria k wie ich schon gesagt habe präsentiere ich euch heute den ersten deutschen neuzugang 20 jahres alt 2 meter 3 groß und 85 kilo leicht er zählt zur gattung der sprinter und sein name ist till schuster gibt es tatsächlich auch in echt wenn ihr den namen mal googeln wollt muss scheinbar ein bahnradfahrer sein und dementsprechend sehen auch seine werte aus also sprint und beschleunigung sind schon auf 68 ausreißen auf 67 und die ebene hat er immer in 64 ansonsten nicht die guten werte muss man sagen aber ich sehe halt auch hier wieder der sprint wert ist nicht schlecht erst lustigerweise in der saison 2016 bereits für unser team skydive dubai u23 an den start gegangen ihr erinnert euch mit sicherheit noch und konnte dort beim ich hoffe ich spreche richtig aus triptique de monde chateau in der etappe 4 auf platz 3 fahren also hat schon einen kleinen erfolg vorzuweiten seine entwicklung war am anfang ziemlich gut dann ist sie allerdings stagniert ich hoffe es kriegen wir im laufe des jahres 2017 besser hin also der saison 2017 let's play ansonsten wäre das ziemlich schade till schuster herzlich willkommen im team austria cars er wird natürlich in der ersten saison auch wieder eher ein helfer sein vielleicht auch einer für den sprint zug aber in aller allererster linie ist er einer für die zukunft und wird halt jetzt in der ersten saison als profi erst mal ja profiluft schnuppern und darf sich mal beweisen in den ganzen rennen die auf ihn warten also herzlich willkommen im team till schuster auf eine erfolgreiche saison und natürlich wieder der aufruf an euch liebe zuschauer schreibt doch mal in die kommentare findet ihr den transfer gut oder findet ihr es schlecht dass ich ihn aus der nachwuchsmannschaft übernommen habe in diesem sinne bis zum morgigen fahrer und ja haltet die ohren steif